Heute konnte ich einem der krassesten Jobs in Sachsen-Anhalt über die Schulter schauen. Heizer in der Harzer Schmalspur waren, in der Dampflok. Das ist wirklich anstrengend, Leute. Und ich bin dankbar, dass es heute 8 Grad plus waren und nicht 40 und dann in der Dampflok 76 wie im Sommer. Werkstatt, Ticketing, alles was dazugehört, Berufsausbildung etc. Ich habe heute einen wirklich intensiven Einblick in die Harzer Schmalspurbahn bekommen, bin jetzt in noch größere Fan als vorher und werde mich auch mit noch mehr Energie als vorher für das Fortbestehen der Harzer Schmalspurbahn und Erhaltung des Landeszuschusses einsetzen. Das kann ich aus vollem Herzen versprechen.